Mein Name ist Dietmar Ferger, ich bin Familienvater von zwei erwachsenen Kindern, ich bin Umweltschutzingenieur, ich bin Waldorfpädagoge und ich bin seit anderthalb Jahren als unabhängiges und parteiloses Mitglied hier im Kreistag. Und was ich euch sagen will, sind drei Dinge. Einmal geht es darum, dass auch in der Kommunalpolitik keine Vernunft und keine Diskussionskultur mehr gibt. Und zwar in vielen Parteien und leider auch in der Verwaltung. Wie gesagt, ich bin letztes Jahr als Parteiloser auf der offenen linken Liste in den Parkkreistag gewählt worden. Nachdem ich dann in Lörrach an zwei Mahnwachen teilgenommen habe, distanzierten sich zuerst die Linken von mir. In ihrer Pressemitteilung schrieb der linke Kreisverband Mitte Mai, also Mitte Mai, da wusste ich, Vielen Dank!